Schedo, was hast du alles in den besten überhaupt? In den besten habe ich fast... also eigentlich keine Munition. Dann stehe ich jetzt in Metall. In den besten... Was? Ich will wissen, was du in den besten hast. Eine Banane, Red Bull, Bandage, Ed Crenshaw, De Cuisine, De Cuisine, De Cuisine, De Cuisine, De Cuisine... Alter... Was ist das? Was ist das? Ich habe den Ruff genommen. Ich habe drei Play-Tasten gedrückt. Da bleibt mir auch immer drin. Hey, du musst dann wach bleiben. Das haben schon vorher alle gegeben. Also es ist eine Nachtvision. Also ein bisschen, die muss man sich ein bisschen ausrichten. Ah, du musst noch ein bisschen Proviante mitnehmen. Diko, Diko! Ja, eben. Hä? Nimmst du? Ich nehme auf Sata, keine Angst. Ich glaube, ich gebe ihm einen Bergen und packe dort unsere Proviante rein. Hey, haben wir auch Vorsport? Nein, aufs Schulreise hat man doch immer auch Vorsport dabei. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir die Erlaubnis nach einem Feuer machen fragen. Ja...